Yo Leute, da sind wir wieder bei Wolfenstein, The New Order, mit Agent Blaskewitz und Dr. Deadhead. Wir wollen Dr. Deadhead nämlich am Earth haben. Wir hoffen, dass dieses Arschgesichtige Mistgebunden kennt. Wenn man hier ist. Hier. Jetzt hast du was zu essen. Reichte Munizchen. Was? Staatsoberhaupt möchte den Frieden. Naja. Seit wann? Ja. Es kann? . Hallo? Das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut, ne? Kettbe? Und am Ende des Tessiers. Ja, jetzt ist nichts geändert. Ich hab gedacht, da ist irgendwas anders geworden. Toll, gar nichts. Ich will gar nicht wissen, wie es mir der Hardcore-Modus ist. Der wird mich ja zusammenhauen, der Hardcore-Modus. Nee. Also, wir stehen durch die Hardcore-Modus. Ich weiß nicht, was hier sein soll. Ist doch jetzt nicht mehr wichtig. Deine Gebrühe, bald deine Ballen ziehe. Es ist wichtig, dass ich lebe. Ich, dass die mich nicht so... Das ist wichtig. Oh. Halt! Halt dich! Halt dich! Come on! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist immer faszinierend, wie schnell die rennen können, ey, das ist immer so faszinierend, das ist immer das Geiste Pass auf, Jungs, jetzt wird unser Job hier langsam kompliziert Die Mehrheit der Regimetrumpf ist jetzt hinter uns her, alles klar, das macht die Zeit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schalten wir den General aus, schalten wir den General aus, schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern, versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück Ich glaube, ich werde die Nerven, ist normal Ich werde die Nerven, ich weiß einen Trick, einatmen, bis vierzehlen, ausatmen, bis vierzehlen. Das war's. Wer hat den verdammten Frankenstein durchgefügelt? Hä, das habe ich ja nicht lesen können. Wie die alle auf einmal rennen. Was sind das für Waffen, da sind noch keine Waffen aus dem 1946er, Digga. Also, wir toten Kopf und jagen ihm eine Kugel in den Kopf. Check, check, ruhig bleiben Leute, aber nichts vergessen. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Wenn ihr toten Kopf nicht erwischt, ist es aus. Wett an Sie los. Wir haben ihn gesehen. Beide nicht. Der Katerpala, Feuer schoen. Achtung, weg. Auf der Katerpala, Feuer schoen. Da, Feuer schoen. Scheisse in die Hand. Scheisse in die Hand. Das sind die Hand. Boat auf den Katerpala, Feuer schoen. Schmähze zu mir. Ja, ja, Mann. Halt die Klappe. Alter, verreckt er überhaupt nicht, ey. Fast geschafft so. Einfach weiter. Ja, tu mir leid. Ich habe ihn nicht gesehen. Es hängt jetzt an Ihnen, Blazkowich. Geht den Kontrollraum und öffnen Sie das Tor. Und noch einen getötet, General. Einer von uns beiden wird heute sterben. Bereich Freiheiten. Fehl kannst du hier eh nicht machen. Hm. Was war der verdammte Scheiß-Aparation? Die Baubeboden. Oh, schau dich, Lesko. Die Tür fährt hoch. Wir gehen rein. Kämpfen uns in die oberen Geschosse vor. Wir treffen sie. Okay, Signale zum entdeckt werden. Schau mir mal. Schau, der hätte ich schneller ausschalten müssen. Fuck. Ein bisschen gucken, dass ich mit Ding spiele. Mit dem... Ich weiß nicht was. Ja. Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was ist das? Er ist hier! Er ist hier! Olaf! Schenke dir Verstärkung! Schenk dir Verstärkung! Es macht so Spaß einfach nicht zu zielen und einfach so auf die Schnauze zu hauen! Oh, oh, oh! Der Schnauze kommt zu der Position! Tja... Lustig war es, mein Freund! Alle Male! Ja, ja! Lustig war es, mein Freund! Alle Male! Ja, ja! Ist das da Rundefutter? Ist das da Rundefutter? Ist das da Rundefutter? Ist das da Rundefutter? Ja... Gut, dass wir hier haben. Hallo? Der Hund ist definitiv tot. Tja dann, der hat was anderes abgerichtet, oder was? Tja, na Fluffy, nächstes mal legt man sich nicht einfach mit zum Dumbo an. Ein Patria in Auftrag zu geben, dass ihr um Ego schmeichelt. Wo verschwenden sie ihre Farbe, General? Ach, General. General Huenzo oder der General Roni? Eins von beiden passt besser, definitiv. Der General Roni passt schon so in ein besseres Schema rein. ... 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 Ich will gucken. Ja, ja, jetzt machen wir nochmal den nächsten Part rein, aber machen wir hier wieder Pause, dann sehen wir uns gleich, ne, bei Wolfenstein, der, man, das Spiel macht so viel Spaß.